Ein wunderschöner Sonnenaufgang in der Karibik. Es wird wieder Zeit für Sonnagspiraten bei Sea of Thieves. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und mit Juri Jäger und Hannibal spielen wir wieder unser Lieblingspiraten-Koop-Spiel, Sea of Thieves. Und wir haben erstmal die Flagge genommen für Gold, Sammler, weil wir werden ein paar Schatzkramen bestimmt finden. Und da ist die Schlacht von Sea of Thieves, da wollen wir gleich mal unser Glück versuchen. Letztes Mal waren wir zu zweit unterwegs, das lief nicht ganz so gut. Aber dann drücken wir es mal so aus, wir waren auch ein gutes Stück mit Selbstmann Schuld, das will ja keiner sagen. Dennoch, heute wieder zu dritt und da wird es wieder besser. Ja, und schauen wir mal, wo uns die See überall heute hintreibt. Ich tue mal das Schiff restaurieren, weil ich es kann. Was eigentlich dumm ist für die Schlacht von Sea of Thieves, aber who cares? Das hat sie nicht gerade gesagt, oder? Das hat sie nicht gerade gesagt. How do you do? The Sea is blue. Alter. Ach ja, okay, also ich kaufe mal hier noch ein paar Kugeln. 3.000 Befunde, zack. So, die müssten glaube ich jetzt instant sein. Ich kaufe noch ein paar Bretter, komm. Oh Gott, jetzt sagt sie goodbye, says I. Oh Gott, es wurde immer schlimmer. Ich muss von dieser reimenden Frau weg. So, wo hat Joey geschissen? Hero hat beschissen. Wieso? Beim Würfelspiel. Achso. Ich muss mich umziehen, da sehe ich wieder als Gold, da sehe ich als Händler-Heini aus. Äh, Moment. Hero kann ich fair gewinnen. Ich habe dich einfach ganz klar besiegt. Ja, Pirat. Nein, jetzt habe ich mich komplett ausgezogen. Uh, ausziehen. Hero, warst du vorne auf der kleinen Insel, auch bei den Fässern? Nein. Nein, dann hole ich die schnell. Wenn du gerade da bist. Die vergesse ich auch ab und zu. Weil ich nicht im Kostümbereich war. Ich war in allem Bereich. Deswegen habe ich das Kostüm ausgezogen, sondern alles ausgezogen. Yay. Fernsehobus. Achso, ich hatte ja eh die Dingssachen an. Aber da gab es glaube ich kein Hemd, oder? Es gibt einen legendären Handschuhe. Es gibt die legendäre Jacke. Es gibt ein legendäres Hemd. Echt? Da habe ich es gerade übersehen. Hero, kannst du mich hocken, Hero? Ich meine, es war das lila, das zweite. Legendäre Gürtel. Danke. Wo ist die legendäre Hose? Die legendären Stiefel. Und das war's. Danke. Da gibt es keine legendären... Warte mal. Hemd des Marine, Hemd des mutigen Käpt'ns. Ach nee, die hast Garten-Siehs-Kleid. Genau, weil du das Hemd eh nicht siehst. So, und gibt es einen legendären Hut? Natürlich gibt es einen legendären Hut. Ja. Du kleidest dich legendär. Ja, warum nicht? Ich habe es mir ja... Hat er spielt? Und ihr ja auch, also... Goldsamplei genommen. Kannst du ja auch machen. Ging schneller. Wir haben nicht so viele... War nur zwei Klicks. Wir haben nicht so viele Kugeln. Wo ist denn noch ein... Eine Möglichkeit, Kugeln einzusammeln? Vom Kiel-Hole fort. Genau im Westen von uns. Da fahren wir jetzt hin. Ich kann auch kurz welche kaufen. Hab ich schon. Mach's schon. Ich hab nicht bei der Händlerin gekauft. Wo dann? Bei der Händlerin muss man gucken, ob es da noch was gibt. So. Käst du mit? Kann nur ein Kugeln. 5000. Hier oben. Nehmen wir. Sind auch welche drin? So. So. Ne, wir waren drin. 50. Jetzt haben wir 220. Was hatten wir vorher? Keine Ahnung. 169. Habt ihr hier reinguckt? Ja. Ne, 99, 69. Da drüben ist noch ein Vor. Das können wir noch schnell anfangen. Geil. Direkt auf dem Weg, wie ihr seht. Aber wir hätten das Schiff noch ändern können. Egal. Wir haben irgendwas ziemlich goldenes gerade. Ziemlich goldig. Ich hätte ja gerne das legendäre Schiffsset. Aber da musst du ja erstens noch freischalten. Zweitens musst du eine Niere für abgeben. Also von daher. Eine. 15. Wenn du Breath of the Wild gespielt hast, weißt du, dass du sofort sterben kannst, wenn du zum Beispiel schlechte Ausrüstung oder wenig Herzen hast. Blabisch wie. Sofort sterben. Die Gegner zu stark für dich sind, dass dich one-shotten. Das weiß ich. So, ticken links. Das weiß ich, das weiß ich. Möwen mit Fässern. Dicken rechts und da vorne zu fort. Ja, aber bei den Möwen. Anderes rechts. Ja, aber die Fässer da. Vielleicht auch keine schlechte Belohnung. Ich lasse kurz den Anker einfach kurz. Ja, 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 aber wir müssen noch ein Stück. Ja, ja. Ich seh's. Ja, jetzt können wir erst schon den Anker werfen. Ja, Pumus ist ja lang genug. Ja, mach. Ja, ja, wir sehen sie ja noch nicht. Hä? Du bist direkt da sein. Da ist doch schon wieder bestätigt. Schnell, ich hab das vom Bord. So, ist Anker hoch. Na, ihr könnt mich hocken, hier ist nix. Ich nenne so etwas Bedrohung. Hm. Erstmal Microsoft verklagen. Wenn wär's rare. Ja, ja, ja. Ja, aber die ganze Microsoft, also. Außerdem glaub ich, dass bei Microsoft mehr Geld, äh, dass bei dem mehr Geld... Ich bin mal gespannt, ob du jemanden erreichst. Also, ich ruf da natürlich morgen erst an. Ne, ich glaube, es bringt auch morgen nichts. Also, das ist, das ist genauso wie Valve. Das kannst du vergessen. Da wird mein Anwalt da dran rufen. Naja, ich bin mal gespannt, ob der eher durchkam. Schauen wir nicht weiter rechts. Kannst du mal hoch machen. Jo. Hinten noch ein bisschen hoch. Ja, überbrauen noch ein bisschen. Segel. Also, unser Ziel ist es, sobald ein rotleuchtender, mit roten Augen, Skelettschädel am Himmel ist, da müssen wir hin. Ja. Hier gibt's die geile Kiste. Okay. Da müssen wir hin. Okay, jetzt hoch, ne? Ja, habt ihr schon gehabt. Willst du die Kiste an die Beine? Ich hab die. Ja, ja, ich hab die. Dann bleib ich an Bord. Okay, ich guck nach Explosionswissen. Aber wobei, bei der Schlacht findest du ja fies, keine gute Idee. Richtig. Hier ist ein Boot. Aber das kriegen wir ja nicht raus. Ja, das muss sein. Das brauchen wir nicht. Ich nimm nur die Wabe mit. Kannst du mir das mal schieben, aber. Ja, das ist aber ohne nix. Ohne Harpone, ohne Kanone. Mir ging es eher nur drum, dass es da ist. Oh, ich nimm mal die Flaschenpost mit mit mir, eine Koralle, falls es die lospackt. Explosionsfässer in Hülle und Fülle. Ja, ich weiß, aber lassen sie es ja. Hast du das Schiff schon geplündert? Ja. Oh, hier ist, glaub ich, noch eins. Ja, hier ist noch eins. Achso, ja, das hab ich geplündert. Du hast noch eins gefunden? Ja, ja. Ich wüsste nicht, wo. Ah, okay, warte. Wo bist du? Da ist ein kleiner See in der Mitte. Warte. Hier rechts. Ach, da. Und da. Ah. Ah, okay, bei dem war ich. Ja, der hat ne Harpone. Ja, deswegen dachte ich. Ich hab eben von dem anderen gesprochen. Ja, waren zwei, aber wir kommen leider an beiden nicht mehr. Und du hast auch die Harpone, um dich rauszuziehen. Das... Da weiß ich grad. Ja, wir brauchen kein Ruderboot mit einer Harpone. Wenn dann mit einer Kanone. Dass ich mitballein könnte. Oder derjenige, der halt am Ruder ist mitballein kann. Ja, das ist halt nicht das Problem, aber... Das sind die Explosionsfässer. Alle auf einen Haufen, den alle sprengen. Das gibt'n mega Karwumms. Da ist die Insel weg. Ich glaub, das ist egal, ob eins in die Luft geht oder alle auf einem Haufen, oder? Jein. Jein? Echt? Ich hätt' jetzt gedacht, das wär' egal. Ich brauche, glaub ich, fünf oder so. Ich krieg mir schief mit. Ich hab das, glaub ich, schon. Oh, eins noch. Also im... In dem Turm sind direkt unten zwei Stück. Weiß egal. So weit hoch wollte ich nicht, aber ich werd's bemüssen. Okay. Mhm. Mhm. Und da ist eins, ja. Nein! Wenn mal was, kann man's doch mit dem Mausklick wieder ausmachen. Rechtsklick. Muss ich dann rechtsklicken? Linksklick zünden, rechtsklick löschen. Oh, ich hab's mit Linksklicks versucht. Ups. Eigentlich mal im Profisarbeit. Das ist lang her. Eigentlich mal im Profisarbeit. Ah, da ist noch eins. Was ist bei dem jetzt? Nee. So, ganz oben sagtest du noch, oder? Ich hab nur eins in der Mitte gerade gesehen von diesem Gebäude. Im Gebäude direkt waren zwei Stück unten. Ziemlich mittig, eins versteckt. Ja. Und hinten am Rand eins. Ach, da. Und schön mit dem Scharschützengewehr von hier aufknallen, oder? Brauchen wir doch nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Abstände reichen. Oder ob's zu nah ist, ob's zu weit ist. Ich glaube, ich muss das andere noch näher holen. Hier macht Musik, da. Ich muss glaube ich noch ein bisschen näher. Ach, willst du eine Kettenreaktion? Ja, muss ich. Ein bisschen schief bin. Warte kurz, ja? Ich will das auch sehen. Nee, wir machen die außerhalb dieser Hütte. Vielleicht nicht weiß, ob das da irgendwie mit ins Gewicht fällt. Ob das irgendwie Schaden blockt, oder so. Ja, dann könntest du weit sein. Ja, dann könntest du weit sein. So, geht mal weg. Geh wirklich weg. Ich bin auf dem Schiff. Genau, geht wirklich mal weg, weil... Okay, ich zünde das Erste. Sechs. Wow. Schön. Nee, keine Tüche. Gein, so müssen es mehrere sein. Oh, nee, ihr habt's schon. Wie viele Kugeln haben wir jetzt? Äh, ich hab's noch nicht sortieren können. Ich hab's nur ausgeleert. Wir... ...haben 317. Ja, das reicht. 315. Das reicht. Was ist denn hier los? Wir haben ein Loch. Was ist los? Ja. Durch, Baby. Ach, kommt, dummes Spiel. Jetzt zückt uns die Engine wieder zurück. Aber will ich nur wegsegeln. Wo hängen wir denn? Wir kommen hier nicht weg. Äh, mit dem Anker. Was? Dann hätten wir doch... Dann hätten wir niemals ein Loch kriegen können. Ja, aber das ergibt eigentlich keinen Sinn. Mit Anker bewegst du dich eigentlich keinen Zentimeter. Na, wo kommen wir denn jetzt hin? Wenn ihr wüsstet, wo wir hinsteuern, dann wüsstet ihr, dass ihr das Segel in die falsche Richtung dreht. Richtig. Äh, tipp, 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 tipp. Ihr müsst nur an der... Ja, weil ich von der Insel wollte. Dachte, wenn du hier aufheavesst. Ist links für uns. Alles, was ich habe gehört, hat war mimimimimi. Nö. Ach, schön. dass der welt festen den sturm reinfahren das ist sogar noch mal was besonderes recht zwar ein fässer egal segel halb ich hoffe ich habe kugeln links reinmarsch da noch mit halbmarsch beschäftigt ich repariere es ist niemand der lenkt angst noch passt passt noch knallt auch mal gerne auf die skelette oben sonst knallen die mir hier immer wieder das loch rein mal so ein schuss hoch dass die skelette weg sind das wird so nix ich muss hier weg sind zu viele löcher löcher könnt ihr irgendwas tun dass wir nicht weitere löcher kriegen das wäre sehr nett die sind ja gegen uns gefahren ja aber ich die sinken es kommen noch mehr es kommen noch mehr hängt dran ja können wir doch die sind direkt neben uns könnten wir eventuell ich glaube dass bis dahin schon der nächste spawnt komm reiß das Bruder rum die können nicht sinken wieso nicht ah doch okay holt euch kugeln hinterher holt euch essen mich weiter rumsteuern halt euch voll wir holt euch rechts so kommen sie links oder rechts hoch links hoch eigentlich links von uns wo sind die denn fahren wir noch weiter oder tauscht das wir segeln aber noch weil das segel ja auch nach oben ist da müsste es auch hoch also unten ist da müsste es auch hoch machen jetzt hinten links von uns das tat dass wir vorbeigesegelt sind ich habe das segel runter äh hoch gemacht aber hinten nicht ja seht ihr wo noch weiter noch weiter noch weiter da jetzt gerade das kommt nicht ja klar ja jetzt doof gelaufen da links links hieß es noch einen ticken links ja 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 ne schiesse drei monster drei monster zwei sechs zimmer links also ich versuche unsere hübs noch mehr links noch mehr links kann nicht mehr wirken der andere seite das war der muster sack sind trocken soweit 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 Was ist denn das für ein lila Schimmel? Keine Ahnung. Wir müssen die Skelette oben treffen. Die sinken. Das war's. Hey. Ah, ich dachte ich hätte schon losgelassen. Kannst du dir vorstellen, dass ich gerade anderes zu tun hätte? Nein. Den kann ich mir nicht. So, holt euch neue Bretter, holt euch neue Kugeln. Oh, die Lampe da direkt über dem Bretterding ist so dumm. Die machst du dann aus Versehen aus und dann ist es nachts sau dunkel. Super nervig positioniert. So, wir fahren gerade vorbei, oder? Segel hoch. Ne? Ich glaube ja. Vordere Segel ist oben. Ah, links von uns. Naguistchen. Oh, das ist das. � Word, warte, warte und das ist das. Is für ein Graschen. Wir gehen jetzt hier. Kim? Ja. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ich an Lagerkisten, ey, ne? Ja, der Hand. Das ist gut, cool für uns. Ja, ja. Segel wieder halb, nächstes Schiff kommt. Vorne noch halb, bitte. Links rein, Macher, rechts rein, Macher. Ach, wir müssen so hoch. Das gibt's ja nicht. Scheiß Welle. Dann schießen wir auf den anderen. Denk uns mal aus dem Goldfeuer raus. Wir sind genau in der Mitte, hier. Wir müssen da weg. Wir können nicht gegen zwei Stück bestehen. Und wenn er einen Ram muss, muss er ihn halt rammen. Aber wir können nicht... Und Hannibal, du musst helfen. Löcher stopfen. Hierum ist erstmal weg, dass wir nicht von zwei Seiten beschossen werden. Geht das schon unter, da hinten? Ich hab einen zweiten. Das geht schon unter. Das kleine könnte untergehen. Dann lass es mal zum kleinen fahren, das ist ganz links. Irgendwas rechts. Aber wir fahren jetzt zum Loot von dem kleinen. Also noch nicht schießen. Und auf das große? Doch, aber von der anderen Seite wahrscheinlich. Mal gucken. Ich hol mal neue Kugeln, neue Bretter. Wir kommen halt nicht rum, ne? Ich tue eine Kiste mit Kugeln hier hin. Nur Kugeln. Hier, hör mal auf, hör mal auf. Wir müssen auf das Ding schießen können. Dann drehen wir in die andere Richtung. Das bringt so leider nichts. Das fährt genau den gleichen Weg wie wir gerade. Das kleine ist da jetzt zwar rechts von uns, aber wir können... Das kann man nicht ändern. Das kann man nicht mehr werden. Ne. Aber gleich. Ich gehe flicken. Ich mache ein Loch unten zu. Soll ich mal bitte rechts bleiben? Nein, 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 auf keinen Fall. Achso. Dann fälten wir was? Nein. Ich will aus der Schuss denn hier erstmal raus. Lass ja mal dir unsere Wunden lecken hier. Der untere Steck ist komplett voll. Das zweite ist halb voll. Wo sind sie? Da, hinter uns. Okay. Wo war denn jetzt das kleine Schiff? Das ist jetzt, äh, jetzt links. Meinst du, dass die kleinen Möwen... Ah, da, ich sehe es. Ja, da, da. Genau. Ich sehe es leuchten jetzt. Die Möwen gesammt. Ne, noch sind da keine Möwen dran. Ich sehe einfach nichts. Komm schon, wo sind die? Wo sind die? Da. Da fehlt so ein halber Meter Wasser. Die Luft haben die noch. Ich habe alles. Okay, Siegel wieder runter. Also halb. Ich komme wieder. Reicht, reicht, reicht. Ja. Nein, guck mal. Hallo, Mojito. Hallo, Mojito, hallo. Kann ich dir noch nicht sagen. Also, wir segeln erstmal. Scheiße. Okay, die sinken. Ich habe gesagt, ich habe noch einen halben Meter Luft oder so. Ja. Vorne ist Hegel oben. Der hintere brauchen wir noch ein bisschen rangieren. Das war es schon. Okay. Schwache, schwache Schlacht. Heute sind wir nur zu dritt, ja? Der Bruder konnte nicht. Der ist mitten im Umzug. Ja, der ist mitten im Umzug, ne? Da kannst du jetzt, kannst du jetzt nicht sagen, ey, PC hat Vorhaben oder so. Nee. Der PC steht in der neuen Wohnung, aber ohne Internet und ohne Tisch. Wir sind nur auf der Brick unterwegs, weil zu dritt auf die Gully zu gehen, ist ohne die schwer. Segel ist oben. Geschweige, wir sind schon zu viert, ja. Mein Spiel crashed. Wo ist das? Ja. Du stehst da. Mit einem Schädel in der Hand. Ja. Jetzt gehst du zur Seite. Spiel crashed, tippe dich. Einfach, äh, ist unterlassen. Ich hab das Spiel unten nicht mehr in der Leiste. Spiel ist gar nicht mehr. Du hast zumindest noch einen Schädel in der Hand. Aber wie asozial. Der Schädel ist aus dem Spiel. Nee, erstens, war's ja gefallen. Und das ist halt auch das, was ich bemängele, Mojito, wenn du halt schon zu dritt gestartet bist auf dem Schiff. Du hast keine Chance zu sagen, du übernimmst deinen kompletten Inhalt des Schiffes, den du dir erspielt hast. Äh, plus deine Missionen, plus die Flagge und gehst einfach auf ein größeres oder kleineres Schiff. Das geht halt nicht. Muss er komplett aufhören. Kannst du aus links drehen? Muss er komplett aufhören und von vorne anfangen. Das ist halt auch scheiße. Ich hoffe, dass sie das echt noch patchen. Der Botschaftergrad 5 erreicht. Ja. Mit einmal Schlagzeug auf X, ja. Wir gehen direkt noch abgeben. Ja, cool. Wie lange hat das jetzt gedauert? Relativ zügig, 32 Minuten. Freie Viertelstunde. Ja, 32 Minuten läuft die Aufnahme. 33. Hast du, äh, du joinst hinterher, ne? Ja. Okay, gut. Bin unterwegs. Ich guck mal, wo der aus im Boston Sanctuary, da sind wir gestartet. Da oben bei der Dagger Tooth, ne, ich glaub bei dem Sanctuary wieder. Bei Port Merrick sind sie wieder alle. Deswegen gehen wir lieber wieder da hoch. Den Abgabepunkt ist, äh, da. Okay. Dann geht's nach Nord-Westen. Oh, ein Handeball ist tot. So, ich hoffe, dass dieses Fohr noch umkommt. Also, erscheint. Aber es muss ja immer was am Himmel sein. Oder relativ zeitnah am Himmel. Die Schlacht von Syrphys ist jetzt weg. Also muss gleich was Neues am Himmel kommen. So, I'm back. Wir kommen zurück. Wo ist mein Inventar? Achso, lass mir einfach oben alles schon, oder? Ja, viel zu weit ist das. Und schon noch ein Stück. Gut, dann einmal runter mit Atem. Aber wir tragen das nicht, äh, links und rechts voran, sondern schmeißen das nur die Kiste, äh, die Treppe runter. Ja. Was eigentlich auch eine Taktik wäre. Noch eine. Wäre, dass wir alle Händlersachen vergraben. Also wenn wir jetzt sehr lange spielen würden, ja, zum Beispiel, was weiß ich, Feiertag, wir haben alle Zeit, fangen morgens um 10 an. Und spielen abends bis um 10 oder so, oder? Als Beispiel. Äh, ich hab Donnerstag noch nichts vor. Ja, witzig, komm mal. Ich hab eh Urlaub, aber trotzdem. So. Und dann hast du... Das ist ein Feiertag. Ups. Ich weiß, aber ich hab auch nichts, was ich an dem Feiertag dringend machen müsste, weil ich hab ja Woche Urlaub gehabt, um es zu erledigen, so. Aber darum geht's ja nicht. So. Also, dann würde man theoretisch gesehen alle Händlersachen verbuddeln. Auf irgendeiner Insel. Wisst ihr? Und dann machst du, machst du noch... Und wenn du dann fertig bist mit der einen Flagge, hast du alles abgegeben, dann buddelst du die ganzen Händlersachen aus und machst die andere Flagge vorher noch voll. Und so ist so meine Überlegung. Äh, ich hab Urlaub, Marita, ja. Die Woche. Die nächste. Viel Zeit für Zelda, ich freu mich schon. Arbeitest du überhaupt mal? Ja, klar. Wirst du gefiltert, mehr Urlaub als ich? Nö, so, jetzt müssen wir nach Westenpress. Nein. Ich werd kaum Play-Up spielen, Morito. Wir haben es so oft gespielt und ich mag jetzt viel ins Zelda, reine West hier. Äh, auch das erstes Mal, weil ich... Okay, dann 24 Stunden streamen bei Zelda. Erstens mal, nein, ich mach keine 24 Stunden Streams. Ich find das affig, ich hab's schon mal gesagt. Die sind gesundheitsschädlich oder schädigend. Und meistens, wenn's so in die Richtung 12, 16 Stunden geht, dann hängen die Streamer da wie ein Schluck Wasser. Äh, und sind müde und klicken nur noch vor sich hin und gähnen. Das ist vollkommener Quatsch. Das Einzige, was ich machen würde, ist, wenn, dass ich sowas wirklich machen würde, ansatzweise in einen längeren Stream, der die 12 Stunden überschreitet. Ähm, dann muss es darum Charity gehen. Dann muss es darum gehen, dass ich für jede, für diesen Stream 200.000 für Kinder in Not oder so. Und die müssen halt auch echt sein und kommen wirklich an. Dann würd ich sowas machen, ansonsten find ich das echt Quatsch. Oder dann die Rekorde, dass sie am längsten online sind und dann sitzen sie am PC und schlafen. Ist doch alles Quatsch. Mit dem Stream war man so, bock. Ja, nee, es ist einfach Quatsch. 24 Stunden Streams, ich bleib dabei, ist Quatsch. Okay, dann gibt es einen 72 Stunden Stream. Auch das nicht. Ich hab mal bei einer 72 Stunden Aktion mitgemacht. Ohne Kompromiss. Und man muss das genauso betonen, wie ich es gerade gesagt habe, genauso aussprechen. Das war von der katholischen Kirche, da war ich damals in der Jugend tätig. Und da gab es die 72 Stunden Aktion mit diesem Untersatz. Ohne Kompromiss. Aber irgendeiner hat das dann genauso ausgesprochen und da haben wir es alle getan. Ohne Kompromiss. Also es ging darum, dass man in 72 Stunden versucht Dinge zu erschaffen. Und wir hatten voll das... Wir hatten auch ein wichtiges Thema, aber es war irgendwie total langweilig, weil wir konnten nichts machen außer rumsitzen. Das war halt blöd. Wir waren halt in der Stadt und haben ein Zelt bewacht. Und in dem Zelt... Ganz kurz, Zweimaster, Zweimaster auf 10 Uhr an der Insel. Parkt. Weit weg. Okay. Danke. Wir mussten halt ein Zelt bewachen. 10 Uhr. Und in dieser Zelt gab es eine Typisierungsaktion für Blutspenden und Knochenmarkkrebs. So, das war schon eine wichtige Aktion, aber wir haben halt da rumgestanden und haben einfach nur den Arzthelferinnen und Helfern und was auch immer, die da Blut abgenommen haben. Wir haben denen halt zugesehen bei der Arbeit. Das war so stinklangweilig. Wir saßen da nur rum. Und andere von anderen Vereinen, von den Jugendgruppen, die haben nochmal eben einen Spielplatz gebaut. Hatten halt so Material, hatten so ein paar Bauhelfer und haben da voll mitgeholfen. Und das ist halt auch wichtig gewesen, in Anführungszeichen. Aber... Ähm... Es hat wesentlich mehr Spaß gemacht, gerade so rumzusitzen. Und deswegen, wenn jemand sagt, 72 Stunden muss ich immer da erdecken, wie wir da in diesem Zelt rumgesessen haben. Ohne Kompromiss. Und der Witz ist, wir haben Gutscheine bekommen für ein großes Schwimmbad, für so ein großes Spaßbad. Aber, ja, dachte man, die waren da auch Sponsor von der Aktion und haben sich voll das gute Licht dargestellt. So, das Ding war, das gilt aber nicht für Sonn- und Feiertage. Und auch nicht Wochenende. Also der Samstag und der Freitag war auch ausgeschlossen. Und so, das heißt, da stand aber im Kleingedruckten auf der Rückseite dieses kleinen Gutscheins. Das war wirklich nur so wie so ein kleines, wie so eine Karte von Monopoly, wo so eine Straße ist. So die Größe war das. Und auf der Rückseite stand wirklich, neben noch so ein paar allgemeinen Geschäftsbedingungen, stand unten ganz im Kleingedruckten, ja, aber übrigens. Also standen wir, haben uns alle verabredet, dass wir in der Schwimmbad wollten. Und viele hatten halt, wir waren Jugendliche, viele hatten halt nicht viel Geld dabei. Und dann hast du halt noch 5, 6 Euro Aufpreis bezahlen müssen auf dieses Ticket. Das fand ich schon frech. Sich erst als Samariter für die Jugendlichen hinstellen, so, oh, cool, die dürfen mal einmal umsonst ein Schwimmbad. Ja, pfff. Unter der Woche von 14 bis 17 Uhr oder so. Gefühlt, so fühlte es sich an. Und das war halt echt mies. Und ich weiß noch, wir haben uns angelegt mit der, mit der, mit der Gemeinde, Referentin, weil... Ach, jetzt gehst du doch auf die andere Seite. Ja, weil die hat die Schichten so komisch eingeteilt. Und ich musste halt montags arbeiten und wir hätten noch bis Sonntag 24 Uhr da sitzen müssen. Habe ich ihr mal durch die Blume gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Um 10 oder so. Das war... Und dann hat sie noch gemeint, nee, du bleibst. Pfff. Da bin ich echt geplatzt. Wurde gerade gesagt... Ach, hier ist jetzt auch eine Anlegestelle für ein Ruderboot. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das ist schon länger. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch das letzte Mal gesagt, als ich mitgespielt habe. Ah, okay. Einem Ball, der hört mir nie zu. Nö. Tut er auch nicht. Wir werden aber auch nicht, ne. Ich orientiere mich da einfach an einen Heidenball. Das ist nicht nett. Nur weil ich jetzt einziger den ersten Weltkrieg nicht miterlebt habe von hier, von uns. Okay, wir sperren ihn ein. Moment. Das können wir jetzt? Ich habe gestimmt. Da wären wir uns einig. Ich lasse es wieder weggemacht. Jetzt verarscht ihr mich, oder? Wieso? Ich habe eben schön alles auf die rechte Seite gelegt. Dann dreht ihr euch so, sodass man links auflegen müsste. Es ist doch jetzt schade. Ja, wir sind vorbei. Wir sind noch vorbeigefahren. Ich habe, ich gucke die ganze Zeit in den Keller. Ich sehe das doch nicht. Was ist denn jetzt am Hippel eigentlich? Da fährt ein Schiff. Ne, da parkt ein Schiff an dem anderen Ausbeposten. Alles cool. So, wo sind wir jetzt hier? Es ist nichts am Himmel. Das kann nicht sein. Ja, war doch. Moment. Continuous. Ne, wir haben die Schlacht von Sea of Thieves schon vor 10 Minuten gemacht. Können wir nicht so ran, dass wir hooken können? Ne, das kommt gleich an der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Oh, okay, danke. Wir können aber anders hooken. Das bringt nichts. Das Ding ist, ich sehe halt einfach nichts, weil es wieder so dunkel ist. Ach, Kacke. Das ist das, was eher so nervig ist. Wo ist denn hier eine Leiter? Ne, lass uns nochmal gescheit hierrandrehen. Ach. Nein. Wir haben es nicht rum geschafft und die Engels drücken uns wieder weg, Anna. Wir waren mal besser. Ja. Das stimmt. So kannst du stehen bleiben. Ja, das müssen Sie ruhig gerade hin. Nein, nein, nein. Einen Dreizack habe ich unten hingetan, ja. Den behalten wir, oder? Haben wir noch einen? Ich habe einen verkauft. Haben wir noch einen? Ja, ja. Ich habe einen Dreizack unten hingelegt. Ja, ich hätte gerne noch mehr als einen. Ach so. Ja, ich habe auch gerade einen verkauft. Einer ist noch da. Ja. Gut. Dann pack das mal runter, weil wenn wir wirklich das vormachen sollten mit dem Roten, dann brauchen wir davon eigentlich ein paar. Aber ich habe auch nicht daran gedacht, als ich den verkauft habe. Zwei liegen jetzt unten. Okay. Oh, bald habe ich Helios eingeholt. Nur neun Stunden. Ah, okay. Ja, ich habe die Tage mal wieder Bots rausgelöscht, ne. Also, es sind noch wieder super viele, die sich da einmogeln. Also, hauptsächlich sind die ja dafür da, um auch Gewinnspiele abzugreifen, ne. Ist ja auch klar. Äh, deswegen lungern die Bots in allen Streams rum, dass wenn irgendeiner was postet, also zum Beispiel ein Steam Key oder so, wird das sofort eingelöst. Lass die Truhe da. Jo. Ganz falsch. Oh, Fitz, möchtest du was Lächerliches hören? Ja. Erzähl. Äh, ach ja, wir sind nach fünf, sechs Runden voll mit dem selben Typ zusammenbekommen hat, den gestreamt hat und jedes Mal Random Trials gespielt hat. Okay. Aber jedes Mal der eine selbe Typ. Ja, ne, also, das mit den Solos, das hat mir das Spiel echt total vermiest. Und die ganzen anderen Sachen, die mich stören, aber das mit den Solos war einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen hat bringen lassen. Äh, ich hab, normalerweise hab ich Hunt überall gefolgt, auf allen Social Media Plattformen. Ich entfolge den jetzt reihenweise, sobald ich da irgendwas finde, weil das zu spielen, das hilft mich einfach nicht mehr. Wenn ich irgendwann nochmal davon was mitbekomme, zum Beispiel auf irgendeiner Newsseite wie Gamestar und Co. So, und da heißt, bei Hunt gibt's jetzt einen neuen Boss oder so. Wollte ich vielleicht nochmal eine Runde machen mit dem Boss angucken, aber, ich weiß nicht, das hat sich ja lange an. Der Zweimasser dreht Kreise. Ja, ich hab's gesehen. Ich glaub, der will hier hin. So wie es aussieht, kommt demnächst ein aquatischer Boss. Ja, aber was heißt, so wie es aussieht demnächst? Also, ich kenn die Entwicklungszeiten von Hunt. Ich würde da erst Ende des Jahres mitrechnen oder Anfang nächstes. Aber, wie gesagt. Die Lust vor diesem Spiel ist einfach aktuell nicht da. Ist wirklich nichts am Himmel. Ja, das wundert mich halt. Oder da ist irgendwo der Kram davor. Hero. Du kannst. Du bist das andere Segel auch unten. Na perfekt. Ja. Ja. Ja, da ist keine Rundung. Ja. Ja. Ich hab's nicht mehr da rum. Ja. Ich hab's nicht mehr da rum. Ich hab' den Kram unterdessen. Edward Kram unterdessen. aber da ist der wind gut und wir müssen irgendwo weg da war rechts die karte zu ende ach so das ist mein problem ich will dann ich will da nicht hin aber ich muss darüber okay stellt die segel mal anders also wir fahren jetzt press nach osten nicht schießen ich will die mir aber mal angucken wer das ist nee die haben keinen namen die haben eine gold flagge die haben aber keinen namen dann sind das schlechte gold sammler dann haben die kein geld dafür so Vielen Dank. Da ist halt der fette Sturm rechts. Der Zweimaster segelt uns wieder hinterher. Der soll es zurückprobieren. Den Beef machen wir ihn fertig. Alles gut. Nur angemerkt. Nee, der fährt weg oder hinterher? Der fährt doch auf uns zu, oder? Kannst gerade nicht einschätzen. Es kann sein, dass er uns hinterherfährt. Weil der wird nicht kleiner. Da drüben ist was im Himmel. Skelette. Skelettjagd. Okay, ich schlag mal was vor. Gold mäßig. Wo haben wir es denn? Oder wollt ihr die Geisterschiffe machen? Sag was. Wir töten alles. Weil wir halt Gold gemacht haben. Ja, kommt das hier bei uns auf. Sie fahrten das. Ja, und damit ihr es einmal gehört habt, Schaluppe zu Recht. Ich habe was vorgeschlagen. Ihr könnt noch abstimmen. Ich komme. So, wir haben einen Kompass. Links. Kompass möchte nach links. Kompass möchte nach links. Ist die, ist die andere Brick noch hinter uns her? Nee, ich sehe die nicht mehr. Doch, warte. Was ist das? Warte. Oder ist das die Schaluppe jetzt? Äh, nee, das ist die Schaluppe. Nee, ich sehe die nicht mehr. Ich sehe nichts. Sind die Möwen schon da? Gleich. Ich nicht. Jeden Moment. Wo macht Anker? Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Noch ein bisschen brauchen wir. Doch. Okay, Anker festhalten ist nicht eure Stärke. Nee. Ich war nicht da. Oh. Ich war gerade dabei hinten das Segeruch zu machen. In den Dachnausgang zu zweit kriegt ihr es vernünftig hin. Hängt noch ein bisschen ein. Da sind wir doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen noch ein gutes Stück voran. Tief? Ja, es ist tief und wir müssen ein gutes Stück geradeaus fahren. Okay. Und ja, es ist tief. Ich mache schon mal Segel. Wo ist der denn? Der ist doch direkt hier. Bring rein und du wirst sehen, was ich meine. Oh, falsche Seite. Ich gehe direkt mal in die Käpt'n's Kajoute. Okay. Komm rein. Käpt'n's Kajoute ist leer. Och ne, da kommen sie jetzt schon direkt. Weil das ganze Ding sieht leer aus. Ne, da ist ein Fisch. Äh, da ist ein Schädel. Nicht Haie. Haie jucken mich nicht. Das hier in diesen, diesen, diese Mähungen, weil er da, die gehen mir auf den Sack, aber Ja, aber noch habe ich keine gesehen. Ich dachte nur. Ich habe schon zwei Sachen hochgeschickt, aber ich glaube, hocken geht da nicht. Na, ist so steil. Ist egal. Hannibal, du musst weiter weg vom Schiff. Bleibt immer bei dir. Was? Ich habe überhaupt nichts losgelassen. Ich? Nein. Dann war es von mir in dem Jazz zurück. Ja. Was hast du gesagt, Tiro? Das macht gerade jemand, dieses Ford of the Damned. Kommst du da raus? Ich komme hoch an Bord, dann zeige ich es dir. Ja, ich komme. Schau mal in die Richtung der Strudel. Komm weiter. Das ist das, daran sieht man, dass das Ford of the Damned gerade gemacht wird. Nee. Dieser, dieser, dieser grüne Strudel sind die Skelettschiffe. Äh, nicht die Skelettschiffe, die, äh, das sind die Geisterschiffe. Ja, aber so ein ähnlicher ist auch das Ford of the Damned. Nee, das Ford of the Damned ist ein Schädel, der leuchtet. Und es gibt diese rote Fontäne noch und das ist dieser, haben wir ja schon gemacht ein paar Mal, ne? Ja, dieser Skeletteil ist hier am Stand. Juhu. So, anhuckbaren Sachen, ich habe noch einen Dreizack und wir sind hier fertig. Ähm, na, wir sollten noch mit, mit, wir können noch gerne mit zwei Kisten runter, aber hier ist sehr, hier ist sehr teurer Fisch immer unten drin, ne? Und weißt du, wie tief das ist, bis du unten ankommst, bist du erstmal tot. Ach, Quatsch. Da hast du keine Zeit zum... Aber, warte mal, also ich habe hier jetzt unten, hier ist eigentlich so ein Apfel, aber hier ist sonst nichts mehr, ne? Zum Hocken ist da nichts mehr. Okay, komm ich hoch. So, irgendwo war noch genau da. Kein Schiff in Sicht. Ich gehe in die Käpt'ns-Kajüte. Ja, man schwimmt halt sehr langsam mit dem Ding, ne? Da ist doch nichts. Wie, da ist nichts? Da ist doch ein Fass bestimmt. Und der Käpt... Das habe ich, äh, leergeräumt. Oh, der Fitz. Was? Geh du jetzt auftauchen, ich nehme mir die Kiste und mache weiter. Ja, okay. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Aber, ich habe unten, ich habe alles schon gemacht, du musst nur noch die Dings machen, die hier... Eins tiefer? Die Kanonenkugel noch. Und dann runter. Ach, okay. Okay. Die Bankierung verloren. Da. Okay. Die Bankierung verloren. Okay, hast du alles gehört. Wir können, ja. So, wir gucken, wo der kommt, was sagt, wo wir hin sollen. Vier, vier Fische waren da drin. Und ein Megaler. Also der Insel da, okay. Sind der Anker schon ein paar Mal getroffen worden? Scheiße. Ja, du musst in der Skelett schlafen. Du musst dich den reparieren. Was ist das? Ich muss aber kurz weg, das ist doch auch. Haben wir noch ein Dreimaster-Skelettschiff gewiesen? Oh, alle aus. Egal. So weit weg. Muss man gleich die obligatorische Pizza in den Ofen schieben. Hehehe. 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 Was ist die Tradition? Oh, oh. Segel hoch, Segel hoch! Scurvy Isle! Könnte die Insel sein, ne? Muss. Hehehe. 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 Kann dir doch keinen Schaden machen. Hehehe. 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 Ja. Ja, Kälte. Tatsache. Jetzt ab zum Hucken. Jaja. Oh, toll. Die Geister kommen. So, Verzeihung. Ja, du kannst Dinge hucken. Meine Mutter hat am Anfang gebrochenes, ein neues Handy bekommen. Na toll. Der Geist hat mich... Oh. Der Geist hat mich zwischen den Felsen gebackt. Und jetzt bin ich zwischen... Ich muss nicht auf dem Schiff gespawnt. Erzähl deine Mutter. Sorry. Er hat ein neues Handy bekommen und ich sollte gerade das Panzerglaster auftun. Achso. Ich weiß doch, alte Leute und Technik. Und alte Leute und modernen Technik. Haben wir alles hier an... Ja, ich guck grad, wo wir jetzt... Nichts ist da. Wie auf der Insel ist, aber ne. Ne. Wir müssen einfach nach rechts weiter. Hier muss noch irgendwas sein. Ne. Der Kompass zeigt aber nix an. Hier ist aber komische Musik. Da oben ist noch ein... So. Wichtige Kennkugeln. Lass uns mal die Geister hier alle töten. Hier ist irgendwas. Lass uns mal die Geister hier alle töten. Hier ist irgendwas. Ich glaube nicht. Aber ich glaube jetzt sind sie alle weg. Und die Musik ist weg. Okay. Na der Kompass sagt woanders hin. Hier wackelt nix mehr stark, ne. Gut. Ich leg ihn mal weiter. Okay. Merci. Süß. Süß. So. Mit Liefernotiz. Außenposten Dagger 2. Soll ich den auf der Karte markieren? Ne. Da fahren wir nicht wirklich hin oder? Okay. Ich glaube wir müssen so dieser großen geradeaus. Ich weiß es aber nicht. Doch ich glaube. Ja es wird die große Insel sein. Wir könnten hier die Insel sein. Ja. Segelt mal hin. Ich schmeiß mal meine Pizza in den Backofen. Ja. Geh dafür mal unter. Äh ich geh dafür nicht unter Deck. So. Ich bin gleich später da. Jo. Bis gleich. Sonntag 9 Uhr. Jetzt geht erstmal Pizza machen. Das bin kiedrig. Ja. Direkt nach dem kleinen Spitzenstein gehen wir an Land oder? Ja. Glaube ich da ist der Ufer. Ich geh schon mal hier mit dem Segel hoch. Ja. Jetzt hier rechts da ist. Ja. Die Düde. Da können wir hin. Ja. Hast du auch schon hoch gemacht? Noch nicht ganz. Ein bisschen habe ich hier noch. Reicht. Ich habe hoch gemacht. Ja komm dann lauf ich ja. Mhm. Ich war am Freitag auf dem Konzert. Das war super geil. Ja? Ja. Ups. Hast du ein Bild glaube ich gepostet ne? Ja. Wer war denn das? Im Sabaton. Okay. Kennst du die zufällig? Nee. Schwach. Ich bin jetzt sehr enttäuscht von dir. Hm. Musst du nicht. Finde ich auch. Weil viele. Hä? Willst du denn jetzt hin? Links oder rechts? Bäh. Blöder Kompass. Ach nee jetzt links. Klar. Ah ich muss da hoch. Okay. Wie komme ich hier hoch? Äh. Ich kenne viele Namen gar nicht. Von Künstlern. Ist ne schwedische Heavy Metal Band. War generell sehr witzig. Es ging wie dreieinhalb Stunden und es hat sich eingefühlt wie eine halbe. Oh. Explosionsfass. Dann zündest du es besser nicht an. Yes. Okay. 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 Hey. Du hast es hier gefunden. Ja. Du guckst nur gerade ob es hier auf der Insel noch ist. So. Hallo. Habt ihr schon was? Ja. Okay. Sehr gut. Und das nächste könnte. Auch noch hier sein weil die Insel so groß ist. Ja. Okay. Wir haben die ganze Zeit nur über dich gelästert. Ich bin nichts anderes gewohnt. Ich bin nichts anderes gewohnt. Ist glaube ich auch noch hierher. So. Äh. Wohin? Nach da. Okay. Äh. Wohin? Ich bin ein Skelett ein Master. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's hier auf der Insel. Ich glaube es nicht mehr die Insel. Ich bin jetzt an den Rand gelaufen und der sagt mir. Ich bin auch mit dir an den Rand. Nein, nein, nein. Mal gucken. Oh nein. Nein. Bitte nicht. Ein Explosionsfass? Ne. Ich häng so. Bin so blöd gesprungen. Na super. Ich muss runterfallen. Au. Hab's überlebt? Ach. Man überlebt einfach. Ich hab hier ein Vieh hier. Unbeläht's halt. Das wirst du auch überlegen. Ne. Es kommen irgendwelche komischen Viecher. Auch das wirst du überlegen. Ne. Glaube ich nicht. Jeder Humpel und die Buff ist weg. Aber. So. Was war mit der Schaluppe? Ah doch. Ist ein NPC. Hier ist eine Statue. Wo ich bin. Von unserem Schiff aus gesehen. Ja ja. Hinten rechts. So. Kann ich hinsegeln oder soll ich schwimmen? Das ist eine rote. Segel hin. Und wir sind diesen Viecher gefolgt. Ansonsten schieß ich mich zu dir. Ne. Ne. Das ist eine rote. Wir müssen eh in die Richtung. Also. Segel da ruhig hin. Tja. Stimme. Steier. Bord. Oh nein. 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 direkt hier naja hier stopp Anker da ist er halt, da muss er was essen, ich bin stark ich brauche glaube ich nochmal Kugeln also für die Pistole gute Bananen, hier essen wir uns voll so wichtig sind andere Schiffe in der Nähe ja, ein Skelett, ein Monster aber irgendwo anders, nicht hier, ich seh grad nicht ok ne ne, er ist auf der anderen Seite wenn der Angriff kommt bereit oh er zu dritt geht, ist rechtszügig der Rode ich hab einen neuen Titel gekriegt in meiner Kosmetikruhe ich auch ich auch so, wir müssen Fahrter aus ja, und dann an der Insel links vorbei ein bisschen also wartet mal bevor ihr Vollspeed gebt sind wir richtig? oh so grob, ja es wackelt ja immer so ein bisschen hin und her, ne? ja, ja ich seh's ja, ja ich seh's noch ein Ticken links, ne? es war mein Purple könnten hier die da ist auch ein Freimaster seht ihr den? ja, ist ein Spieler links an der Insel spieler wird hier keine Esel vor uns sein hm, ich guck grad ja ja da ist die Segel hoch hm ist was im Wasser oder? was eigentlich auch viel zu selten machen ist mal wenn wir an der Insel sind so um die Insel drumherum ein bisschen ins Wasser zu gucken weil da sind klingt zu lästig ja, aber da sind auch gerne mal Kisten das stimmt bei mir bei mir ja, mit den Wasserviechern macht das keinen Spaß deswegen renne ich grad weg hab schon was zum Hooken der hat nix fallen gelassen ist halt vor allem gut, dass die sich gegenseitig bekriegen ja gut dass ich keine Munition mehr habe ja, so geht's mir auch ja, so geht's mir auch wenn ich da in den Nachkampf gehe dass ich sterbe ich schuhe mir jetzt erstmal wohnen können wir ja keine Breitseite geben hier äh, Moment so wo war da jetzt das Problem? ja, du hattest Munition wir nicht ja ich hab jetzt auch wieder Munition ich auch da ist alles eingesammelt ja drei Sachen müssten es gewesen sein die die noch droppen können diese Skelette und ich hab zwei hingelegt zum Hooken ah, hier ist es im Busch lags da ist doch was im Busch und da hinten das Boyboot genau das hab ich vergessen was hat das? das hole ich das hab ich raus geschubst also da das frei ist aber wie? ja, eben ich hab's einmal geklickt und voll weggefeuert das Ding egal da hat's ne Kanone, ja? ne 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 okay, ich weiß schon wo es ist aber wir machen das trotzdem noch wir haben schon zu prägnante Infos wir können doch schon hinfahren spart uns lebenszeit ja wir kriegen ja eh nicht so viel raus wenn wir die dinge holen ok nach westen so sogar mit wind jetzt hast du es müsste erstmal eine inselgruppe vorbei das inselgruppe ein felsen halt ist das gemein muss meine pizza raus ich bin was ich bin von bord okay die rohsegel einfach nach westen schon meine pizza zeitrichtung aus reinzuschlagen zeit jetzt eine komplett umzudrehen und sich zu retten nein nicht nötig schön dass du wieder da bist sarkasmus des grüßen ich habe vor uns irgendwo ein schiff gesehen oder ähnliches ich weiß es nicht wollte das fernglas auspacken wir vorne auch auf die spitze voll daneben und lande aber genau mittig vom schiff unter unter dem schiff und habe weder links oder rechts auf die leiter gekonnt das habe ich wohl ohnehörterweise gestört das war einfach wie man sieht sieht man nichts kein schiff kann ich sehen sehen sie nicht gleich der kompass zeigt nach hinten an aber wir sehen direkt zu dem wir wissen wohin und das ist ich glaube ja dann bitte nord west aber eher west 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 nord 3 captain graubart theoretisch müssen wir die eigentlich schon sehen können ja die kleine die flache insel noch weiter rechts noch stärker rechts noch stärker ja siehst du die flache insel ich sehe gar nichts zwischen segeln ja aber gleich hast du voll den durchblick den habe ich nie doch war da genau vor uns ist das ich kann sehen ich habe einen herben verlust zu beklagen den pizzer ist runtergefallen nee das wäre noch herbei gewesen das ist ja keine katze die auf den pfoten landet nein mein pizzaschneider ist gestorben gerade ich habe noch einen zweiten und aber trotzdem wir müssen oben an die seite also fahr einmal inseln vorbei und dann rechts hoch der haare haut jetzt eher ab der vordere segel ist oben hinterer habe ich halb gemacht müsste reichen oh da ist was zum hooken mal ganz hoch ja ich sehe es gerade und da ist noch was habs das leuchtet zwischen den felsen da nein nicht die flaschenpost nicht die flaschenpost ich weiß die weg weil da ist noch was siehst du das habs guck mal das vor die kiste wahrscheinlich ne ja die kiste so jetzt muss ich gucken wir müssten jetzt von unten hoch gekommen sein das heißt wir müssten jetzt genau hier stehen genau also da vorne kommt noch ein klein bisschen sand mal weiter gerade austreiben und da gehe ich dann hoch und dann buddel ich buddel wieder schnell aus wenn man überhaupt hoch kann kann man offensichtlich nicht da ist jetzt der eingang aber da ist jetzt der eingang aber da ist jetzt der eingang aber hmm dumm soll ich mitkommen? nee kommt man nicht hoch soll ich mitkommen? kommt man nicht hoch heiliger hat es auf die insel geschafft ja ich weiß das ärgert mich nur auf die insel aber unten toll ganz da hinten ist ein stich oh gott ey jetzt bin ich um die halbe insel einmal rum geschwommen das ist schon so ein bisschen doof designt die insel komm wir segeln nochmal ein bisschen näher ne bleibt da ich muss da gleich wieder zu euch kommen ja ich dachte nur ein bisschen näher zu dir ne 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 ich stehe da genau richtig man kann da nur nicht hoch das ist der knackpunkt aber ihr seid richtig aber wir sind richtig der filz ist falsch ne ich kam halt nur nicht hoch an der stelle deswegen muss ich ganz außen rum schwimmen der filz ist falsch so jetzt muss ich erstmal überlegen wo wir hier stehen ach diese ganzen schlangen ey ja natürlich beißt sie nicht ja natürlich spawnen jetzt skelette ist klar mit einem fass wahrscheinlich noch dabei ne wir treffen wieder wie die gött bin ich tot ja das spiel macht mir schon wieder keinen spaß das ist so dumm ja jetzt bin ich tot weil die schlange mich beißen musste weil wieder skelette gespawnt sind und es ist dunkler siehst du eh nix ich will die entwickler foltern ich lass sie einen tag lang ihr spiel spielen lass sie eine runde hand spielen ne so schlimm sind sie jetzt auch wieder nicht oh doch wo ist meine millionen rare wo sind meine milliarden rare ne also ich erge mich zwar auf über die ganzen sachen hier dass das immer zu viel zu viel spawnt und super nervig ist aber es geht auch schlimmer ja das ding ist jetzt halt ich muss mich da hoch schießen aber ich fliege jetzt drüber äh hinter uns leuchtet was in was habt ihr was reingeschmissen ja ja das ist das ähm die flaschenpost die ich fallen lassen achso ja du verficktes skelett geh mir nicht auf den Piss ey ah und überall Schlangen ey jetzt lasst mich überlegen wo ich hier bin lasst mich auf der Karte gucken ähm ja wo ist sie hin nicht blöd da so also relativ eigentlich hier eigentlich hier oh hier ist er schon wieder eine Schlange und ich sehe sie nicht da hm also hier ist dieser Sandstrand ne ist er nicht auch nicht schon wieder wir sind wenn du wenn du auf die Karte guckst wir sind jetzt sind vor allem zwei verschiedene Sachen gespawnt die Skelette und diese Wasserviecher das meine ich halt damit ne wo ist sein ist hier noch ein Skelett aber oh daneben Knappen nein oh ok also hier ist diese lange Sandbank wo ist diese kurze Sandbank du musst du musst viel weiter nach vorne weiter äh weiter rechts von dir noch weiter 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 wir haben hier die zwei Felsen im Wasser du musst parallel zu den vorderen Felsen sein da irgendwo jetzt ja da müsste das irgendwo sein da passt ja wir spawnen natürlich sofort wieder Skelette wobei die verstehe ich ja noch die verstehe ich ja noch ich habe jetzt hier das ausgeboten und die bewachen das und die kommen raus das ist okay ja ist klar wenn du ein bisschen zu uns läufst kann ich dir helfen aber lieber ich habe noch was zu essen hier 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 gute Kokosnuss ich kann eigentlich eh nur der der hinten sein guck's hallo scheiße man ich stell den auf den missionstisch ja guck's hallo ist halt einfach auf dem präsentierteller liegt die kammer leicht zu b und entladen aber wir sind pressen der mitte haben wir noch was wo es sich lohnt jetzt schon abzugeben ja oder wir haben wieder ein bisschen was oder bisschen aber lohnt sich das wenn ich fahr mal weiter drei kisten voll drei sachen ziemlich wenig wir fahren zu krux hallo das ding ist gutes stück weit weg süd süd ost ungefähr wir müssen gut wir müssen gute stück und am fort auf der dem vorbei das merkt man daran dass es so plötzlich nebel ich würde an einer stelle weil da müssen wir gut stück fahren süd süd ost gibt mir was regel mal wieder so Felsen voraus? Ja, ich hätte Steinchen dahin gelegt. Ich weiß nicht. So, wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, ne? Ja. Gehen wir kurz pullern, ne? Bis gleich. Viel Spaß. Fitt, stell dir mal vor, Windwind haben. Oh, so schlecht ist der Wind aber nicht, wir hatten auch schon einen kompletten Gegenwind. Okay. 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 Ja, so kommen wir hin. Im Kurs. Das holt mich. Also auch mal ausschauen, ob andere Schiffe kommen. Sehr ruhig auf jeden Fall. Hast du mitbekommen, dass sie Harry Potter neu verfilmen wollen als Serie? Ja. Wo jede Staffel ein Buch sein soll. Genau. Mit natürlich neuen Schauspielern alles. Das wird nicht gut ankommen. Keine Ahnung. Ich hab nie ruhig was mit Harry Potter am Hut gehabt. Das meiste, was ich mit Harry Potter am Hut hatte, ist, dass ich jetzt das Spiel spiele, da. Also die wollten, ursprünglich wollten die, haben die auch mehr gefilmt und wollten eigentlich mehr verfilmen bei den damaligen Filmen über die Bücher. Aber du musst dann halt irgendwann kürzen. Ja. 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 Du musst halt irgendwann sagen, es geht nicht anders. Ja. Und deswegen kann man mit so einer Serie natürlich viel mehr machen als mit so einem Buch, das ist klar. Aber die Filme waren halt gut so, wie sie waren und die Schauspieler haben einen guten Job gemacht. Und wieder haben sie in ihr Herz geschlossen. Hab ich eingeschlossen. Also, finde ich, das weiß nicht. Richtig so knüttelt. Wir müssen mehr nach Osten ein bisschen. Wirst du ein bisschen anpassen, bitte? Ja, nein. Ja, aber wir fahren ja nicht mehr Ost-Süd-Ost, wir fahren Süd-Ost-Süd. Also noch weiter rüber. Zwischen Osten und Süden, den Strich brauchen wir. Äh, zwischen Osten und Süd-Osten, den Strich brauchen wir, genau. Dann kommen wir ungefähr hin. Ja, aber ich hab mal so ein Video gesehen, wo dann so Deleted Scenes von den Filmen gezeigt wurden. Und gerade im allerletzten Film ist eine wichtige Stelle von 10-15 Sekunden rausgeschnitten worden. Die war sauwichtig, es erklärt. Warum die Szene so stattfindet, wie sie stattfindet. Jetzt fahren wir aber komplett nach Osten. Was machst du denn? Oh, Tag. Ich lese mir halt noch was durch, was mir jetzt vorhin noch was, was irgendwie 10 Minuten geschickt worden ist von der Klassengruppe. Lass mich mal segeln, in jeder Zeit. Dann kannst du lesen. Was? War das los? Nix. Haben wir uns verfahren? Nö, nö. Sind wir noch auf Kurs. Krox Hollow. Jetzt gerade. Da. 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 Hey, alles gut. So, zwei Master-Spieler, drei Master-Spieler. Wo? Mit denen ist es richtig. Auf 10 Uhr. Siehst du den? Der zwei Master segelt gerade zum drei Master. Ich sehe noch eine Schaluppe an der kleinen Insel. Den Rest sehe ich nicht. Das ist zwei Uhr, zehn Uhr. Links vom Umwegdach. Okay, da ist jetzt wahrscheinlich gerade der Nebel dazwischen, kann das sein? Ja, die treffen sich jetzt aber. Entweder haben die Beef oder irgendwas machen die jetzt. Das ist zumindest auch eine Schaluppe. Aber die Schaluppe an der kleinen Insel sieht so aus, als sind die untergegangen und sie sind da neu gespawnt. So ein typischer neuer Spawnpunkt. Also, zwei Master und drei Master sind sich gerade am Bekriegen anscheinend. Da würden wir es aber hören. Ja, der drei Master ist weg. Auf die Entfernung? Nee, glaube ich nicht. Ah, ich sehe sie jetzt. Ja, ich sehe sie jetzt. Weißt du, das meine ich, die sind echt weit weg. Oh, nö, wenn die schießen, wird man es eigentlich schwerer, ohne Witz. Aber ich glaube, die kämpfen, ja. Ah, voll die fette Welle vor mir. Ich sehe sie auch. Jetzt. Fahren sie sich zumindest gegenseitig hinterher, ja. Ja, der Zweimaster war eben von uns aus gesehen links schon vom Dreimaster. Das Ding ist halt, wenn der Krieg nicht zu uns... Ja, was ist das Krieg und keiner geht hin? So, das ist dieser Aus... Das ist dieser Auszug der Pazifisten. Aber dann... Ja, aber was ist, wenn... Wenn der Krieg nicht... Wenn ich hingehe, dann kommt der Krieg zu dir, so. Ja. Das heißt, wenn wir die jetzt ignorieren, was wir natürlich tun werden, und wir machen gemütlich unser Ding, danach kommen die zu uns und killen uns. Verstehst du? Ja, guck, der Zweimaster segelt direkt auf uns zu. Verstehe ich nicht. Nö, er segelt weg, oder? Der Dreimaster hat gedreht, ah. Ja, die fahren wieder ab und zu, aber der segelt von uns weg, glaube ich. Das kannst du halt sau schwer sehen. Ach so, okay. Ja, kann auch sein. Kannst du sau schwer sehen. Kann auch sein. Ja, die haben nur ein bisschen Spaß, die zwei da. Aber keine Ahnung, wer jetzt wen angreift. Also, wer da lieber Frieden haben will und wer lieber kämpfen will. Ja, das sieht man nicht. Genau, wenn wir das wüssten, so wie letztes Mal zu dritt, glaube ich, was, dann könnten wir uns einklinken, könnten sagen, derjenige, der nicht will, die könnten wir beschützen. Ja, die fahren auf jeden Fall von uns weg. Und die battlen sich da hinten, ja. Ja, der Dreimaster ist wieder auf die zu. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, was das denn ist. Ich sehe aber keine Kanonenschüsse. Die sieht man doch, oder? Eigentlich sollte man die sehen. Vielleicht haben sie beide keine Googeln mehr. Ich sehe nichts. Genau. So, jetzt wird nur noch Schiffskontakt. Ramziehen! Wir machen zur Ramngeschwindigkeit. Jetzt müsste aber doch einer schießen können. Aber das sieht man echt nicht auf die Entfernung. Das kann doch nicht sein, dass sie friedlich im Kreis rumfahren. Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber eigentlich müsste man es hören und auch sehen auf die Entfernung. Die sehen friedlichen Kreis umeinander umher und bleidigen sich die ganze Zeit. Ich glaube, sie sehen völlig falsch übrigens gerade. Ich wollte gerade gucken, wo wir sind. Ich bin nicht am Steuer. Ah, hier links die Insel. Ja. Hier links. Scharf links. Da ist unsere Insel. Na super. Und die betteln sich da drüben. Das war doch das, was ich meinte. Lass mal Segel halb machen. Ja. Oder ganz hoch, bis sie mal gedreht sind. Oh. Oh Mann. Das ist doch Schafscheiße. Ja. Dann kämpfen wir jetzt mit. Oder wir gehen hin und verbuddeln schon mal den... Ich weiß, was du meinst. Dass wir den auf jeden Fall safe haben. Genau. Nee, kommt. Dann mit denen schon mal einfach verbuddeln. Lass mich mal segeln hier rum. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ah, jetzt höre ich auch die Kanonenschüsse. Ja, aber das ist von der Insel. Ach so. Sie wäre ich auch gerade wollen. Die gehen auf uns. Segel auf die andere Seite. Und halb. Oder auch. Komm, schafft was. Kann der Kaffeefahrt am blauen hier. Ich mag aber Kaffeefahrten. Das ist was zum Hucken. Haps. Hier ist eine Statue. Anker. Da ist eine grüne. Reicht, wenn noch einer kommt. Äh... An der Weg. Ja, ja. Dann macht schon mal die Anker hoch. Ich bin da hoch. Äh, die Segel hoch meine ich. Genau. Und dann... Darf ich auch? Ich bin unten. Dann kannst du Anker hoch machen und schon mal drehen. Wie viele? Einer nur. Ich hab eine. Ich seh nur einen. Okay. Bring den mal zum Hucken. Da ist noch so ein Käpt'n. Käpt'n... Tall Tale Mikael. Ja, so sieht er auch aus. Friss Schrot, mein Freund. Und er lässt... Er lässt natürlich Pläne fallen, wo wir was buddeln müssen. Aber die werden wir erstmal ignorieren. Das ist ein Rätsel, wenn wir ignorieren. Schau mich mal. Danke. Also? Nix. Also, wir müssen erstmal noch auf die an... Ah, warte mal. Das ist eine gute Frage, wo wir hin müssen. Normalerweise würde ich auf die andere Seite der Insel segeln. Aber da kämpfen die ja gerade. Das sind die aber anderen. Ja, genau. Ich muss mal gucken. Ich brauche den durch, den das doch da drin ist. Och, come on, ey. Es nervt mit den Spawns auf den Inseln. Es nervt dermaßen, ey. Wir wissen, ob wir von hier auch gut rankommen. Oder ob wir lieber auf die andere Seite sollten. Oh, das andere wäre ein bisschen näher. Aber dann sind wir komplett auf dem Präsentierteller, wo die fighten. Oh, shit. Ähm, wir kriegen gleich Besuch. Die haben wirklich gleich Besuch. Die haben... Also, der Dreimaster, die haben die Piratenflagge gehisst. Die sind auf Beef aus. Die kommen zu uns. Weiter, 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 Hero. Ihr müsst rausdrehen und volle Segel und weg. Ah, warte, die haben... Die halten hier. Bei dir? Ja. Die hucken was. Ich sehe die... Ich sehe die... Ja, haut ab, haut ab, haut ab. Die schießen ja schon auf euch. Haut ab. Nee, das ist doch, glaube ich, die Insel, oder? Nein. Ich sehe sie doch. Die schießen auf euch. Die schießen. Das auch. Sag mal, spinnen die? Das sind ein paar mutige Schüsse. Die haben keine Ahnung. Die schießen Kettenkugeln auf die Distanz. Die sind dumm wie Brot. Geh mal an Bord. Versuche ich. Versuche ich. Versteck dich als Fass. Ach so. Und sprich mit denen. Es hat mich wieder eine Schlange gebissen. Ich kotze im Strahl, ey. Versteck dich mal an Bord und sprich mit denen. Das Problem ist gerade, die Schlange hat mich gebissen und ich verliere ständig HP. Ah. Ja, genau. Ich denke, ich komme nicht ans Schiff, ohne dass die mich sehen. Oder ohne dass ich planche im Wasser. Wir haben gerade eine Person geschossen. Die bewegen sich auf jeden Fall nicht, ne? Ne, ne. Die sitzen da fest. Aber ich bin ja jetzt presse im Wasser. Sprich, die werden mich gleich sehen. Hat jemand EI geschrieben. Die suchen mich wohl, weil die sehen ja die Meerjungfrau. Du musst einfach durch rennen. Hast du die Kurzweil-Schnelltaste? Weißt du, wo die ist? Nicht auswendig. Was ist denn nochmal? Verstecken. Y oder so, ne? Ja, Y. Und dann musst du halt in die Richtung. Wie du halt machst, wo du es hingestellt hast. Y ist die Schnauerauswahl öfter. Eigentlich müsste es das. Und F ist durchblättern. Nein, das ist wahrscheinlich eh, dass ich hochkrabbel. Ich fahre ich an und gehe auf die andere Seite. Versteck dich irgendwo. Ja. Die haben es nicht gemerkt. Applaus. Die wissen gar nicht, dass ich da im Port bin. Was hast du vorhin? Wir waren. So, erstmal esse ich dir in die Essen weg. Wir sind jetzt aus Wecksegel und verstecken uns hinterher im großen Felsen. Aber stell dich so hin, sodass du nach vorne wirken kannst. Das heißt, sobald du loslässt, guckst du die Wände an. Weißt du, was ich meine? Seid mal ruhig. Wir haben gleich kein Essen mehr. Ist gerade alles leer. Das ist ein Anfänger. Fack, ich habe gerülpst. Der Krag, gerülpst. Nochmal gerülpst. Okay, sie haben definitiv kein Essen mehr. Bretter hätten sie noch. Wer hältst du für dich? Wir haben gar nicht die Kugeln getauscht. Okay, ich mache hier unten mal Feuer. Warte, Fitz. Zu spät. Zu spät. Jetzt versteck dich. Versteck dich. Versteckst du dich nicht, Fitz. Weil es da brennt überall und ich jetzt gerade brenne. Ich brauche keinen Eimer. Also was ist das Studium? Wir haben ein Schiff noch. Hier, wenn sie jetzt dahin segeln. Wenn die jetzt mit Feuer beschäftigt sind. Ja, dann los. Und das Nutz sind. Das Schiff brennt und ich stehe als Fass da rum. Du bist im Mittleren. Okay, du bist noch nicht ganz unten. Unten brennt es. Unten brennt es. Mojito, die Asitake. Okay, sie kommen gerade wieder an Bord. Es ist ein Loch drin. Ach, hemmlich. Hemmlich. Die Fasszahnung ist geil. Gerade bei Anfängern. Aber ich sage mal, also selbst wir, wo ich jetzt drin bin. Wir würden auch nicht merken, dass da ein Fass normalerweise nicht steht. Nein. Ne. Niemals. Sag mal, die absoluten Sea of Thief Profis. Ah, hier. Rechts. Hier, rechts. Äh, Hero. Weiter rechts. Die Sea of Thief Profis. Ach, da. Ich stehe sie. Weiter rechts. Ich stehe sie. Sag mal, sind die in der Kammer? Glaube ich nicht. Wäre aber geil. Du hast doch gerade gesagt, die sind doch gerade an Bord gekommen, oder? Ich habe ein Problem. Ja, ja. Feuer kommt näher. Stell dich noch weiter nach hinten. Da hinten ist doch noch ein bisschen Platz gewesen. Ja, auf jeden Fall, wie das Wasser gerade gerade reinläuft. Da hinten ist doch noch ein bisschen Platz. Ja, weil da steht, da steht niemals ein Fass. Ist so egal, das wissen die doch nicht. So, ich hole schon mal Kugeln. Braucht ihr, glaube ich, gar nicht. Braucht ihr gar nicht. Ist so egal. Die gehen gleich unter. Das reicht. Ich hoffe, dass das Wasser gleich hoch genug ist. Oh fuck, ich muss hier weg. Aber ich brenne. Ey, wir haben über 400 Kal... Äh, Retter. Ach. Wahnsinn. Ich musste mich abkühlen. Ich musste das Schiff verlassen. Ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Okay. Nehmt doch einfach die Mählung, Frau. Wo isen die? Ich gehe jetzt an Land. In ihr Schiff geht ja unter. Gehe jetzt an Land und such die. Leute, euer Schiff brennt. Ich möchte anmerken. Ich sehe das Feuer noch nicht. Nur kurze Info. Euer Schiff. Aber bleibt mal da weg, bleibt mal da weg. Kommt man eh näher ran. Nicht näher? Ne, ne, ne. Wenn die irgendwie scheiße machen, bei euch dann kommen und euch stressen oder so. Wenn wir hier einfach stehen bleiben. Aber das sind, ja. Also, das sind in der Hinsicht pure Anfänger, weil sie haben das Schiff nicht wirklich beladen. Sie haben die Kugel nicht umsortiert. Das ist ein Standardschiff. Sie haben keine Säge. Sie haben eine Standardflagge. Genau. Wir haben die Piratenflagge gegessen und uns einfach mal losgedüst. Das Ding ist, ich habe leider keine Munition. Das Schiff sieht super aus auf der Entfernung. Ja, hätte ich mir auf dem Schiff holen können, habe ich nicht dran gedacht. Doch, die kämpfen da drüben. Die kämpfen gegen diese Landviecher. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall umbringen. Ich brauche Munition hier. Auf der Insel muss es irgendwo Munition geben. Ah, ich weiß wo. Brauchen wir das Ruderboot noch? Irgendeiner feuert gerade. Habt ihr geschossen? Ja, ne. Ich glaube, das ist das. Die KI? Ja, dann haut mal ab. Wir sollten nicht auf euch aufmerksam machen, aber es ist ja schon zu spät. Ich denke, das merken die. Ja, natürlich. Ich höre es doch auch. Der Schiff ist aber jetzt weg. Wie gesagt, haut ab. Ja. Ja, der Schiff ist weg. Ist gerade gesunken. Ja. Ist eine Obstkiste von denen. Hier ist noch eine Statue. Wie gesagt, bitte wegsägen, dass das Skelett auch wird auf euch schießen. Gut, wir sind gerade. Aber deren Schutz gerade war weg. Versunken. Ist schon mal gut. Wie lange schießt denn dieses fucking Skelett auf euch, ey? Ja. Was war das für ein riesen... Ihr seid ja immer noch... Wir haben auch Gegenwind. Ihr fahrt doch parallel. Was macht ihr denn? Ihr seid aber auch... Sorry, aber... Ihr müsst wegsegeln und nicht parallel zu der Insel. Ist doch klar, dass das Ding weiter auf euch feuert. Das reicht dir. Habe ich mir jetzt Munition eigentlich wieder? Ja, habe ich. Okay, ich gehe die jetzt töten. Oder sollen wir auch an die Stelle... Ich schieße mich rüber und Hero segelt weiter? Oder Hero schießt sich rüber... Und ich segle weiter? Dann seid ihr zu zweit. Möchtest du eine Unterstützung haben? Ich glaube, wir sind schon... Doch, doch, doch. Doch, die sind hier. Fuck, die sind hier. Die sind zu dritt. Ja, ich könnte schon Hilfe gebrauchen, ja. Ja, eben. Dann lass uns vorbeisegeln. Ich schieße Hero rüber. Es ist hier gerade so ein Käpt'n, der mich angreift. Und dann segle ich weiter. Jo. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die gerade gerafft haben, dass denen ihr Schiff weg ist. Nö. Glaube ich nicht. Siege auf linke Seite. Bei euch sind wir dran vorbei, dass wir auch keine Chance haben, an Bord zu kommen. Noch eine Rätsel. Was habe ich denn für Wurfgegenstände? Hero, mach dich voll mit Brandkugeln und so. Ne? Die haben gerade was geschmissen. Ich glaube, die wollen sich gerade selbst umbringen. Ja, die bringen... Hero, schieß dich rüber. Okay, ich habe zwei getötet. Drei getötet. Der vierte ist flüchtig. Segel ganz schnell zu dieser Höhle. Wo du jetzt stehst? Da ist der Viertel. Okay, es sind alle tot. Es sind alle tot. Es sind alle tot. Genau. Segel ganz schnell zur Höhle. Wir müssen die ganz schnell machen. Bevor die wiederkommen. Auf der anderen Seite, ne, ist die? Ja. Der Eingang? Ja, 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 ja. Wo die untergegangen sind. Ja, jein. Okay. Ich sehe noch eine Beriumfrau. Die ist von mir, oder? Ne, die leuchtet nicht. Also ich habe eigentlich gerade alle vier getötet. Da, wo du jetzt stehst, Fitz. Okay, die ist gerade die Spawn. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Da, wo wir vorher stammen. Müsste ich euch sehen. Warum hast du dich sehr hochgemacht, Hannibal? Ich sehe euch nicht. Nicht nur halb. Aber das Gerät schießt auf euch, ja. Ja, ja. Segelt mal. Segelt mal auf die Insel zu. Kommt. Schnell, schnell, schnell. Wir sind direkt bei der Insel. Hä? Auf der anderen Seite, wie du jetzt stehst. Das Seite müsst ihr genau auf die andere Seite. So, gleich müsstest du uns sehen. Ja, genau. Segelt einmal rum. Da sind wir gerade dabei. Immer noch. Ja, okay. Ja, ich bin von Bord. Die Kanonenkugel hat mich. Hero, du bist allein. Das Gletsch ist besser als die meisten Spieler. Ja, die haben ein Board drin. Ich weiß nicht, warum die da rumstanden. Ich glaube, die waren total perplexer, dass ich in ihr Schiff falle. Die sind aber jedenfalls alle zu viert runter. Und dann... Ja, zwei Explosionsplätze, ey. Was ist denn los mit denen? Das sind drei. Ich komme wieder an Bord, Hero. Vorsicht. Dann wieder da. Ich guck mal, dass wir nichts haben. Genau, hier. Da müsst ihr hin, wo ich bin. Okay. Vorderes Segel hoch. Und nah ran. Ich kümmere mich um die Jungs mit den Fässern. Wenn ich draufgehe, gehe ich drauf. Schieß doch auf einfach einen alten Fässer. Ja, mach ja. Ich habe irgendwo noch eine Meerenfigur gehört, aber die ist mir jetzt gerade egal. Ja, ja. Die waren zu sehr getrampt. Und ich sage es nur zu gern, du musst einen Counter hochstellen. Stimmt. Ein Dreimaster. Stimmt, wir haben einen Dreimaster gesenkt. Ja. Es war auf die Asensatz der Art. Oder mit die Asensatz der Art, die man haben kann, aber. Ich möchte nochmal erwähnen, die Kamera. Ich möchte nochmal erwähnen, dass wir nicht zuerst geschossen haben. Stimmt. Es zählt weiterhin als verteidigt. Auch wenn es nicht gerade sehr Ehrenamt verteidigt war. Nehmt den Schlüssel. Geht schon mal zum Eingang. Wir müssen da jetzt ratzfatz rein. Wer hat den Schlüssel? Ich habe ihn. Okay. Anker ist gesetzt, falls sie wegtreiben oder so. Nein. Bin ich gerade direkt. Na warte, dann setze ich den Anker lieber noch. Ich setze den. Okay. Ich bin noch drauf. Hast du noch ein Skelett? Oh, den Schlüssel erst draufsetzen, wenn auch Hannibal da ist, ne? Ich halte Höhe. Nimm mal, die Körbrutzel ist schon lange da runter. Ich bin da. Okay. Warte, warte, du bist schon vorbeigelaufen. Hier. Achso. Ja, weil der Hero da hinten ist. Ja, da. Achso. Ich habe gehofft, die wäre weiter drin gewesen. Okay, wir müssen uns beahnen. Ich habe kein Schiff gesehen. Hoffen wir, dass auch keins kommt. Ja. Ich gehe links. Oh, diesmal keine Treppen oder sowas. Nee, das ist eine ganz kurze Kammer im Verhältnis. Gut, ich trage wieder raus. Und ihr? Naja, wir machen das. Ich halte euch wieder auf, ne? Ich gehe wieder links, hier oben wieder rechts. Jetzt mal die Kammer. Oh, wann geht denn das auf jetzt? Na, also. Das hat denselben Counter wie die anderen auch. Und da ist der Weg länger. Ja. Ich glaube schon die erste Marke. Habe ich schon Blitzen sehen. Ich habe ein Million, das setzt sich rein. Das zweite Medaillon, setzt es rein. 10 Knopf gedrückt. Oh, wir müssen in die Mitte. Ja, genau. Wo ist das dritte Medaillon? Nicht hier oben. Ich sehe es. Scheiße. Du siehst. Ah, fuck. Wo ist das? Links. Oh, links. Hab's. Okay. Nein, reinsetzen, komm. Okay. Was haben wir? So. Äh, Kelch links. Ja. Der Schlüssel ist richtig. Ja. Links Schloss, links Schloss, rechts Schlüssel. Schlüssel nach oben. Ich weiß nicht, was du meinst. Der. Oh, den Knopf. Nein. Knopf. Nein. Knopf. Nein. Knopf. Ja. Muss uns beeilen. Ich hab alles. Passt alles. Wir haben alles runtergeschmissen, oder? Ja. Ja. Kannst du das ganze Geld sammeln? Bin dabei. Ich möchte einer hier raus und auf das Schiff aufpassen, falls die anderen kommen. Zu spät. Wäre eine gute Idee gewesen, ja. Ne, ist noch offen, oder? Dann geh ich. Dann geh, dann geh. Dann geh noch einer raus. Ich bin noch offen. Okay, gut. Okay, geh raus. Sicher das Schiff. Wir sammeln noch einer Gold, was geht. Ja. Ich kann aktuell nichts sehen. Ich habe überlegt, wie schwer wir uns zu Anfang getan haben mit diesen Hammern, ne? Ich bin auch tot. Aber wir haben alles Wichtige eingesammelt, also. Ja. Mega. Stopp. Soweit wir da sind, bitte noch mal gucken. Ja. Sieht sehr gut aus. Nicht. Wunderbar. Es war schon fies. Aber sie sind auch alle vier von Bord gegangen. Es war ein Anfänger. Aber es ist so schnell gehuckt, wir können erstmal alle Sachen vortragen. Oh, Captain. Captain. Noch einer. Das ist der dritte. Ach, und die Unterwasserfiecher auch noch. Ne, noch normale Skelette. Oh, Leute, ey. Das ist volles Programm. Sie sollen ihr eigenes Spiel spielen, die Entwickler. Ich bleib dabei. Du schießt ja gar nicht an den Skelettern rücken, weil es kann. Es hat verfehlt. Wir machen die... Das ist das dritte Rätsel auf der Insel. Wir machen sie alle nicht. Wir müssen hier schnell weg. Ich arbeite ja gerade daran. Na, ich sammle das Gold noch auf, was hier rumliegt. Ja, das ist ja Spaß mit Gegnern. Ja. Spaß kann davon nicht die Rede sein. Was sind das? Das sind viele Kisten, ey. Jetzt wurdest du, dass du in den Einstellungen auch die Namen von der eigenen Crew abschalten kannst, dass du die nicht siehst. Ja, aber ich will ja sehen, wo ihr seid. Ja, nein. Da kannst du mal auch Intro oder so machen mit uns. Dann werde ich das Bob gucken. Wie, meinst du das jetzt, ne? Du kannst da abschalten, dass du unseren Namen nicht siehst. Ja. Aber du kannst dann ja Intro machen, wenn wir dann Blut sind. Ach so, meinst du das? Ja, da muss ich jetzt mal in die Optionen rein. Also, ich, dieses Spiel hat schon Anti-Stream-Optionen, also Anti-Stream-Sniping-Optionen hat's halt schon, aber es bringt mir halt auch nix, wenn ich meine Leute dann nicht sehe. Ja. Das ist dann halt... Also, es tut mir leid, die sind jetzt schon wieder gespawnt. Die Spawn-Rate ist viel zu hoch. Das ist Bullshit-Rare. Ich fang mal an zu hooken. Überlammer noch. Ich bin mal fehlen. Ich bin mal fehlen. Ich bin mal fehlen. Nur einen kleinen Krusch halt noch, aber ja. Ja, einen kleinen Krusch, genau. Ich guck erstmal schnell. Na, huck. Die teure Kiste liegt noch da. Die brauchen wir so oder so. Ich wollte kurz gucken. Aber ich sehe noch nix. Vielleicht sind das Anfänger, die spawnen wo... Vorsicht. Aufhören zu hooken. Das sind Anfänger, vielleicht spawnen die komplett woanders oder haben aufgehört oder so. Okay, nur noch einen kleinen Krusch. Drei, viermal laufen. Warte. Aufhören. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Kannst du dich holen? Kannst du dich holen? Ich muss nur noch eine verpassen. Aber jetzt... Nee, es ist noch einer gespawnt, ne? Ja. Ist er da? Wo? Okay. Ich dachte, da noch einen gehört. Mit der Laterne, ob da noch was ist. Da ist nix mehr. Okay. Kannst du es holen? Ja. Was zu essen, dir? Danke. Ich muss erst kurz was snacken. Jetzt bringst du nix nach Hause, Posten, bitte. Südosten. Müssen wir erst an der Inselstück vorbeifahren. Anker, Anker, Anker. Lohnt es sich abzugehen? Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Okay. So leuchten, strahlen wir halt direkt. Einfach nur auf die Krabbe werfen. Wir werfen die Sachen jetzt schnell runter und wir sind mit uns in der Zeit schon mal weg. Zack. Wind ist wieder bescheiden, aber er wird gleich besser. Aber wir müssen ja drehen. Wir haben gerade noch viel absurte Effizienz hinter der Kammer gezeigt. Ja gut, lange genug haben wir uns doof drangestellt, muss man auch dazu sagen. Da werden Löcher kriegen, wir sind so nah. Ich war schon immer so gut. Alles gut, ich gehe gleich runter. Das ist die beschütendste Kreuzfahrt, die ich jemals hatte. Warte mal, ich fange glaube ich gerade völlig falsch. Ja, natürlich, ich war mir völlig falsch. So reingefallen. Viel weiter rum. Am besten war die Zeit immer noch, als die Brick schon da war, aber das Update, dass der Mast brechen kann, war noch nicht da. Dann hast du zu zweit, hast du die Brick genommen und die Konz ist super. Ach komm. Au. Was war das denn? Ein Skelett. Ja, ich bin von Bord. Money. Aber das war ein guter Treffer, genau in die Mitte vom Deck. Tickel drehen, komm. Ja, zwei Sekunden. Haben wir ein Loch gekriegt dadurch? Ich glaube ja. Zwar unrealistisch, war jetzt in der Mitte angeschlagen und unten ist das Loch, aber ja. Also im Zweiten Weltkrieg waren die solche Treffer die gefährlichsten, weil... Ich bin wieder da. Die Seitenpanzerung stärker war jetzt die Deckpackung. Aber wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg. Das möchte ich nochmal betonen. Doch, sind wir. Wir sind die Piraten im Zweiten Weltkrieg. Genau. Oh, habt ihr es mitbekommen? Das war jetzt vor zehn Jahren mittlerweile. Da haben manche Piraten ein Schiff angegriffen. Und beim Angriff erst realisiert, dass sie ein spanisches Marinekommandorschiff angegriffen haben. Dumme Idee, oder? Voll. Ja. Nicht nur bei einer Elite-Sedaten an Bord, nein, sondern fünf Kampfhubschrauber auch noch. Kampfhubschrauber. Die haben sich mehr als so schnell ergeben. Ist da ein Schiff vor uns? Nein. Gut. Die sind so aus. Also wir könnten über das abgegeben und ihr habt noch Bock. Der Atem der Meeres ruft aus den Tiefen. Wir haben so eine besondere Schrein-Einladung gekriegt, wo man unter Wasser tauchen muss. Mhm. Ist auch nochmal dick Loot. Ähm. Segel hoch. Felsen? Ja, schon dran. Die Felsen, diese Felsen heißen Insel. Grande Felsen. Los, Felsos, Grandus. Da, dann wieder hoch. Oh. Wir hocken uns den Blödsinn einfach. Von der Kampel. Ich habe gehuckt an den Stab und... Von der Holzkiste. Können wir voll machen und abgeben. Wir müssten genug Holz haben. Ja. Ja. Das war nix. Schönenberg. Das war nix. Das war's. Die drei Zecke? Ja. Geh ich. Genau. Hört's auch noch mal auf? Niemals. Weitermachen, weitermachen. Aber das ist so ein schönes Update, dass man die nicht mehr ablegen muss. Die lassen sich da. Ja. Hört nicht da hoch. Okay, ich glaub ich hab alles. Lass mal, ich will mal kurz gucken. Da ist nichts. Da ist noch. Doch. Da ist noch. Mach weiter. Da ist aber nichts. Ich seh's nicht mehr. Jetzt ist nichts mehr. Warte. 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 Nein. Ne. Das war's. Guck mich. Doch, ihr habt den Fisch nicht mitgenommen. Ne. Können wir auch abgeben. Das ist jetzt Kohle. Versuch, dass ihr die Dicke kriegt. Ich glaub das ist ziemlich schwierig gezielt, der was raus zu ziehen hat. Ja, ich geb einfach alles ab jetzt. Weil ich greifen kann. Wird abgegeben. Mann. Ich wollte jetzt schon zweimal eine greifen und jedes Mal habt ihr mir sie weggegriffen. Oh, anscheinend haben wir schon die Kiste irgendwo und verkauft. Warte. Irgendwie hab ich mit mehr Geld gerechnet. Wir haben grad mal 100.000 Grad gemacht, ne. Für heut. Na, wenn's langt. Ungefähr. Und das trotz Stufe 5. Und da ne Schatzkamera. Ja, richtig viel. Haben wir hier oben noch was? Ne. Ne. B correct. Da hinten ist ein dreimasner NPC. Also noch die Fische. Schön. Ja gut, der ist ja verkohlter Fisch, kann man glaube ich abgeben. Nicht ganz so viel, aber. So, wir haben alles gedacht gegeben. Weil den essen wir eh nicht und der gibt uns halt den Ruf bei der Fraktion, und das zieht sich halt ewig, diese Fraktion. Ja. So, jetzt will ich mal gucken, wo dieser Schrein ist. Der Atem aus der Meer, suche nach dem Schrein der nassen Umarmung, Schrein der blinden Vertrauten, wo müsste auch noch irgendwo einer, Schatzkammer der Sunken Shores, Schrein des Korallengrabs, eines Hungers. 2 Reaper bekriegen sich. Schatz der antiken Tränen. So, jetzt mach ich fertig. Wo soll das sein? Ich kann weiter raus, okay, weiter rausholen. Ja okay, es gibt immer noch Kohle, ne? Es sind doch schon fast 200.000. Ah, wir haben schneller abgegeben, als es die Engine uns das anzeigt, was wir kriegen. Ja. Deswegen, der zählt immer noch. Ah, toll. Schrein der nassen Umarmung, können wir eigentlich lassen. Der ist ziemlich... Der andere Seite mehr? Ne, der ist nicht so weit, aber der ist ziemlich mittig. Ah. Das heißt, wenn du da stehst, bist du von allen Seiten gesehen, die halbwegs in der Mitte rumrücken. Und dann werden wir eh versenkt. Hm. Das ist Quatsch. Die sind zwar auch ganz witzig gelöst, haben auch so ein paar Rätsel machen müssen, aber... Ja. Da seh ich mich jetzt nicht, ne? Ja. Oh, hier ist noch einer. Äh... Kommt denn der da vorne hin? Hab ich noch geguckt gerade. Dann lass uns noch vor die Flagge abgeben. Okay. Warum bist du dafür dann an Bord gekommen? Achso. Ich dachte, wir müssen vorsägeln. Wieso? Ja, stimmt eigentlich. Geht schneller so. Ist ja immer noch angezeigt. Ähm... Piraten-Logbuch... Das ist ein Witz. Immer noch nicht. War es immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Max-Level. Ja. Ich hab gerade nur zwei Level gemacht. Leute. Das zieht sich wie Kaugummi, ey. Irgendwas haben die gepatcht. Das ging früher viel schneller. Hm. Wahrscheinlich haben die XP erhöht, die man am Ende braucht. Sehr wahrscheinlich. Habt ihr schon abgestimmt? Ja, ne? Ja, ne? Okay. Ich bin doch erst 80. Ich bin 79. 89. Weil ich glaub ich hab ab einmal... Ich glaub ich hab zweimal mit Hannibal gespielt und dann einmal mit Hero einmal. Deswegen, äh... Aber das war viel viel schneller, die da zu spielen. Jetzt gerade mal 89 und sie geht nur noch 8 Wochen. Also... Na klar, es sind zwei Monate. Mal können wir das jeden Tag auspacken, aber eigentlich was packen. Aber... Ich find's trotzdem... Sehr sehr nervig. Und ich wüsste mal gerne... Beruf ich jetzt noch gemacht kann. Diese Schiffsmeilensteine... Nichts könnte mich weniger interessieren. Ich würde die gerne ausblenden. Ich würde wirklich gerne einen Haken haben. Das interessiert mich. Ah, super. Aber... Das ist ja auch ein schlechter Scherz. Also ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn wir Feierabend machen, ne? Ne, wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf mit HeroVis, klar. Dann wäre ich nochmal richtig im Bett. Hätte noch einer... Genau, hätte noch einer auf euch Bock auf ein bisschen Play-Dub oder keine Lust? Äh... Ne, ich muss morgen wieder viel zu früh auflegen. Okay, ne. Ich würde auch jetzt hier für eine... Alles klar. Dann mach ich hier Cut und spiel noch ein bisschen Zelda, würde ich sagen. Na dann, bis Donnerstag zum 12 Stunden HeroVistreams. Adieu. Ja, 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 ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich lauf gut. Gut. Dann gibt's jetzt hier noch die Ab-Mode-Ra-Sion. Äh... Genau. Das war Sea of Thieves für heute. Nettes Spiel. Und es lief mal halbwegs gut. Keiner hat uns groß gestresst. Nur wir haben Anfänger gestresst. Ähm... Normalerweise bin ich ja nicht so derjenige, der gerne auf Anfänger geht. Man hat ja offensichtlich gesehen, dass die nicht wissen, worum es hier eigentlich geht. Aber... Ähm... Nichtsdestotrotz... Haben sie zuerst auf uns geschossen und wir waren auf der Insel, auf die wir mussten. Und wir wollten hier auch mal zeitnah durchkommen. Das haben wir heute geschafft. Bisschen Cola haben wir auch gemacht. Und... Ähm... Irgendwann will ich mir auch mal legendäre Sachen kaufen, die halt so schweine teuer sind. Aber... Wenn ich da anfange Geld auszugeben, bin ich direkt wieder pleite. Also... Hm... Ja... Schauen wir mal. So... Im Stream-Web dabei. Es geht weiter. Aber... Äh... Für Sea of Thieves ist in dieser Stelle Schluss. Deswegen für alle, ähm... Die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFox. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Wie geht halt? Hier kennt ihr? Die Psychonfrage. Schauen wir auch mit.